Willkommen zu den heutigen Vivi News. Monster Hunter wird die ersten NFTs auf der Vivi App launchen und das tatsächlich auch schon heute. Außerdem hat es von Vivi wieder ein Update gegeben, was wir uns anschauen und wir schauen uns auf jeden Fall das nächste Comic an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen bei euch, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge Themen mit dabei, sowie mit auch einem sehr großen Drop. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du in Zukunft dann nicht solche News verpassen möchtest, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und starten tun wir an dieser Stelle rein mit dem nächsten Drop und zwar nämlich von Monster Hunter und der ganze Drop wird tatsächlich auch schon heute stattfinden. Aber es gab tatsächlich noch eine Korrektur und zwar wird es nämlich hier einmal um 17 Uhr und um 18 Uhr die Drops geben. Also zeitversetzt, das ist ganz ganz wichtig an dieser Stelle. Schauen wir uns aber an, was wird denn jetzt hier heute überhaupt droppen. Wir werden das Ganze erstmal im Blindbox Format sehen und wir haben hier insgesamt vier Charaktere. Wir sehen hier einmal zum Beispiel einen animierten, der wird eine Altstelle sein, das ist Sinogre. Das Ganze wird einen Listenpreis pro Blindbox von 60 Gems betragen. Außerdem eine relativ niedrige Edition, das heißt von 1500 Stück. Das wird natürlich aber außerdem auch eine First Appearance sein. Anschließend sehen wir hier denselben Charakter nochmal, aber in einer anderen Pose und das wird eine Edition-Zauberung gerade mal 720 Stück haben. Also gerade mal knapp über 2000 Stück an Editions, die wir hier Public bekommen. Das wird der erste Drop sein um 17 Uhr deutscher Zeit und dann haben wir hier noch um 18 Uhr deutscher Zeit den nächsten Drop und zwar nämlich von Velcana. Das ist auch hier wieder eine animierte Version. Das Ganze wird auch wieder einen Listenpreis von 60 Gems haben und eine Edition-Size von 1500 Stück und natürlich auch eine First Appearance sein. Und im Anschluss sehen wir dann hier noch eine statische Version, das war nämlich hier mit einer Edition-Auflage von 720 Stück. Das Ganze ist auf jeden Fall ein relativ interessanter Drop, was außerdem auch wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass hier nach sieben Tagen der Rest aus dem Store geburned wird, wie man hier unten lesen kann. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die man an dieser Stelle wissen sollte. Ich persönlich gehe zwar davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ausverkauft werden wird. Nichtsdestotrotz sollte man das auf jeden Fall hier wissen, was das Ganze angeht. Ich hatte letztens außerdem auch schon einen Tweet über Capcom gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, dass David Yu in seinem letzten professionellen Interview hier erwähnt hatte, dass sie unter anderem auch Capcom haben. Und unter Capcom fallen tatsächlich nicht nur Monster Hunter, sondern auch noch viele andere sehr interessante Brands, die für den asiatischen Raum spezifisch sehr interessant sind, wie unter anderem Street Fighter oder auch zum Beispiel die Mega Man Series und auch noch sehr viel mehr. Zum Beispiel hier auch noch Resident Evil. Kennt vielleicht der ein oder andere Gamer unter euch. Und an dieser Stelle wirklich sehr, sehr viele interessante Lizenzen, die in Zukunft wahrscheinlich auch auf uns zukommen werden. Und man sieht hier, wie gesagt, das ist eine ganze große Palette mit dabei. Man kann jetzt zwar sagen, als Europäer, ey, das spricht mich überhaupt nicht an, mir ist es total egal, was da kommt. Es sollte einem nicht egal sein, weil im Endeffekt wird das in Zukunft auch einen sehr großen Einfluss auf die App selber haben, da einfach eine sehr große Community mit dazukommen wird aus dem asiatischen Raum und dementsprechend natürlich auch hier dementsprechende Lizenzen haben möchte. Ansonsten kommen wir zu einer weiteren News und zwar nämlich dem Update der Vivi App. Und zwar gab es hier nämlich ein Update, das jetzt unbedingt auf jeden Fall machen, denn dann habt ihr auf jeden Fall die ganze App komplett aktuell. Es gab auf jeden Fall ein paar kleine Updates, nichts weltbewegendes, aber auf jeden Fall eine coole Sache, dass man jetzt endlich hier auch nach Profilen suchen kann. Das Ganze könnt ihr natürlich erst, wenn die App geupdatet ist, dann geht ihr aber einfach in die Suche ganz oben und dann könnt ihr dort einfach einen Namen suchen. Da findet ihr aber tatsächlich auch nur Profile, die öffentlich sind. Alle anderen, die an dieser Stelle privat sind, findet ihr nicht. Wenn ihr mich gerne suchen wollt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne capten, wie wir eingeben. Ich bin an dieser Stelle öffentlich und könnt auf jeden Fall mich dort auch sehr gerne abonnieren beziehungsweise dort mir folgen. Ansonsten gab es einfach, was die Searchbar angeht, auf jeden Fall nochmal kleine Bugfixes und so weiter und so fort. Nichts Besonderes, aber an dieser Stelle solltet ihr das Update auf jeden Fall machen, einfach um up-to-date zu sein, um Fehler zu vermeiden mit der App. Ansonsten sehen wir auch schon den nächsten Comic-Drop und das nämlich am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit und das Ganze wird an dieser Stelle Amazing Spider-Man Hashtag viel sein aus dem Jahre 2014 mit der First Appearance of Silk. Das Ganze wird natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Rare-Covern erscheinen. Ich gehe davon aus, dass wir hier 5000 bis 10.000 Editions sehen werden. Das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle sehen werden und schauen uns auch gleichzeitig nochmal hier an dieser Stelle die Preise des Comics an. Die sind tatsächlich gerade mal ziemlich im Keller, muss man wirklich sagen. Also hier für eine 9.8 gerade mal 230 Dollar. Das ist einfach sehr, sehr, sehr wenig, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall für Leute, die das Cover feiern, ist das bestimmt ein Comic, was man mal mitnehmen kann. Ansonsten hier nochmal das nächste Artwork, was wir sehen werden in dieser Woche und das wird von Brian Steel Freeze sein und das wird Captain America Red, White & Blue Hashtag 1 sein. So sieht das Ganze aus für diejenigen, die etwas mehr Geld auf der Seite haben. Auf jeden Fall ein interessantes Artwork. Ansonsten kommen wir zum Darth Vader und zwar kommen wir nicht zu dem Darth Vader direkt, sondern zu dem Drop-Datum und ich persönlich gehe jedenfalls sehr stark davon aus, dass wir hier gegen Ende des Mais auf jeden Fall noch einen sehr großen Drop sehen werden. Den Darth Vader haben wir auch erst am 29. Mai gesehen, das heißt wirklich ganz kurz vor Monatsende. Dementsprechend ich persönlich gehe jedenfalls davon aus, dass wir hier noch einen Platin-Moment-Drop sehen werden gegen Ende des Monats. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich damit recht behalte oder nicht. Schreib mir auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zu dieser ganzen Sache auch in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie du darüber denkst und ob du mir zustimmst oder ob du sagst, hey, Gap, glaube ich nicht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.